so wir haben ja den schlüssel genommen gerade eben gesehen dass ich noch munition aufgenommen habe Kann ich runterklettern? Oh fuck. Oh. Oh. Du scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich benutze lieber die Pistole. Muss ich irgendwo leben. Oh. Okay. Munition. Perfekt. Noch mal Munition. Und Seil. Seil kann ich doch vielleicht... Juus. Ah. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich einen Stock tiefer, ja. Gibt es sonst noch irgendwas? Munition? Munition ist immer gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Ja, bring dich selber um. Oh mein Gott. Was ist denn los mit denen? Munition. Perfekt. Gibt es hier rein? Gab es noch irgendwas? Oh, nicht mehr. Okay. Gehen wir doch mal raus. Ey, Mann. Warum spiele ich das? Achten, hier bin ich gekommen. Kann ich nicht hier... Equip? Komm, bei... Okay, das geht nicht. Äh, das habe ich hier schon noch zwei. Mach ich das auf drei. Ich habe noch den Schlüssel. Oh, sorry. Drei kleine Kinder spielen im Park. Ach, das haben wir ja schon vorhin gelesen. Ach, wir sind wieder am dritten Stock, oder? Ja. Die kann ich nicht runter, aber ich habe doch lesen, einen Schlüssel. Oh, das ist jetzt hier zu. Das war ja hier noch nicht... Okay. Wo muss man denn jetzt lang... Wo kann ich nicht hin? Die Tür ist verschlossen. Da kann ich auch nicht rein. Hier rein. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Hey. Oh, mein Gott. Hallo? Hallo? Oh mein Gott, da ist ja noch einer. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Hallo? Warum ist die... Stirb! Ja, ich stelle dich selber ab. Keine Munition mehr. Na, klasse. Hallo? Stirb jetzt endlich. Oh man. Hallo? Okay. Stirb. Ich will das nicht mehr spielen. Da gehe ich nicht rein. Oh, was ist das denn feiner? Wieso ist denn der so schnell? Oh, ich brauche Leben. Oh, ich brauche Leben. Nein. Nein. Oh Gott. Oh, mein Gott. Okay, weiter höher geht's nicht. Okay, zum Glück. Die Tür nicht auf. Also der Aufzugs hier. Da geht nicht rein. Weg mal runter. Gibt es noch irgendwas? Nee. Äh. Okay. Ach, dass die Lampe auch bleibt. Hier. Oh nein. Wo ist das? Wo ist der? Ich seh' nicht. Wieso kann ich das so kombinieren? Das nervt mich. Ach, okay. Jetzt hab ich's gecheckt. Okay. Alles verschlossen. Hier gab's auch nichts mehr. Nee. Gehen wir weiter. Hallo? Hier rein? Gab's auch nichts? Gehen wir da rein. Ah, ich bin wieder am Treppenhaus. Okay. Sollen wir runter? Ah, ich kann nicht so viel speichern. Das Spiel gespeichert. Okay, ist von der anderen Seite verschlossen. Dann müssen wir hoch. Und hier bin ich gekommen. Also nochmal eins hoch. Kann ich hier raus? Nee. Okay. DVD-Player. Okay. Ah, ich hab den Schlüssel. Gleich. Los. Auch nicht. Vielleicht. Ah. Munition. Kannst du auch eigentlich mit dem hier auch machen. Äh, so. Ha. Ja. WTF? Hallo? Oh mein Gott. Wieso kommt das zu mir? Was ist hier los? Ich will nicht sterben. Lass mich hier in Ruhe. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Oh mein Gott. Stirb doch. Oh mein Gott. Da ist ja noch so einer. Der hat irgendwas fallen gelassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist da noch irgendwas? Nee. Oh nee. Oh da ist ja nochmal so eins. Nein. Lass mich in Ruhe. 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 Ich seh nichts. Ich seh nichts. Also ist mein... Kombinier das. Keine Spritze mehr. Oh mein Gott. Du hässliches Ding, du. Was hast du da? Ach, da ist ein Baby drin. Oh mein Gott. Komm her, komm her. Komm her, ich fick dich. Ach, das Baby greift mich. Oh mein Gott. Das Baby hat ja ein Messer. Oh nein. Fuck. Okay, ich bin jetzt wieder hier. Okay. Äh, war das auch vorhin so? Ja. Lade doch nach. Hallo. Achso. Ich brauch beide Hände zum Nachladen. Okay. Waren ja zwei vorhin. Wo ist der zweite? Oh mein Gott, wieso geht denn immer dieser? Hallo. Ich kann nichts machen. Also noch mal von vorne. Lade nach. Dann gehen wir hier rein. Kommt der erste Schmarotzer. Eins, zwei, drei. Okay, alles klar. Er stirbt nicht. Ja, ich kann mich nicht. Verrückt mich selbst. Okay, alles klar. Ich hab mich selbst getötet. Ich hab mich selbst getötet. Ich hab mich selbst getötet. Bis zum nächsten Mal.